einmal herzlich willkommen zurück zu einem neuen video und zwar GTA 5 mit mir mein Lieber Fabi so dies wird kein Bart hierin was anderes eine Rampenmapp was denn hätte ich mir ein verdammtes Motorrad genommen für das erste geht doch gar nicht ihr habt alle Dubs da genau was wir bei denen getötet haben ja früher ich hätte ein Motorrad nicht können nehmen ne ist ja voll easy äh das ist alles das sah irgendwie schwierig aus ja ja da war keine Herausforderung hab ich gedacht oh die gehabt nehm ich da hab ich vielleicht auch ne Chance äh was ist das ja manipulieren ja ja warum müssen wir einen Radenschuh wieder an Papa also manipulieren müssen wir mal ein bisschen weiter auseinander kommen ne ne Penner also geht Nein, ich bin aufgewärts. Jetzt gleich. Nee, bin ich. Ich hätte respawnen sollen, Leute. Woppa. Das ist eine Knutschhugel, Alter. Hätte respawnen sollen. Hoffentlich jetzt wieder das Batmobil und dann ab mit dem Boost in JG rein. Digga, warum gibt es hier keinen, äh... ...Badger? Ja, gibts aber erst, wenn du mehr kommst. Du bist noch zu weit weg, Alter. Du bist noch fünf Kilometer entfernt und bestimmt, dass ich überhaupt kein Wind starten. Ja, gib mir das Batmobil! Stopp! Das hat's echt gebracht, dein Boost, JG. Okay, ist die Luft da unten so? Ist die Luft da unten so? Ja, weil JG wohl ein bisschen zu viel, überhaupt, ne? Ach, Toppie, ich fahre noch nicht, Alter. Oh, Amphibienfahrzeug! Ja. Das gibt die Hute! Abfahrt! Nein, nein, nein! Stopp! Du fette Sau, Alter! Mann, ey! Ich hab das... Nein, meins ist ungute und... Nein! Meins ist full-gute und Sportauspuff, alles drin! What the?! Scheiße! Kommen die Dinger an der Seite irgendwie näher? Weiß ich nicht! Ich bin mir da irgendwie unsicher. Ich hab das Gefühl, eben waren die irgendwie weiter auseinander. Ich bin mir sicher, irgendwie! Ja! Aber irgendwie... Ja, ist sicher auch. Ich weiß es aber nicht. Oder ist es einfach nur eine optische Täuschung? Ja. Ja, Wollo! Ja, jetzt kann ich den Gehops nehmen! Du bist da! Ja! Nein! Mann, ich hab doch gesagt... Ich hab doch gesagt, schaff ich mich schon aufregen! Opa! Nein! Ich mach die gleiche Fehler nochmal! Das ist ein Konzen, Alter! Ja, Fabi, komm mir gerne entgegen! Ist so! Rettungsmorgen! Ach, Digga! Ach, Scheiße! Der kommt ja auch noch! Nähähähäh! Hallo! Morgen! Boah! Ich bin Fabi auf dem Fernse! Oh oh! Oh oh! Das ist doch safe! Keine optische Täuschung! Das ist auch keine optische Täuschung! Das ist auch keine optische Täuschung! Also... Also ich... Ich weiß es nicht! Papa! Als ob! Nein, 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 nein! Ihr Hunde! Nein! Es hat solche Schweine, Alter! Spielen Checkies so, dass er auch mal gewinnt, Alter! Na ja, ich bin da auch untergefallen! Alles Checkies schuld! Es hat solche Schweine! Der Check... Spielen Checkies so, dass er auch mal gewinnt, Alter! Ich glaube, er kam! Junge, zur Ehren los, Alter! Nein! Nein! Hoffentlich! Und abwarten! Ach Junge, lass mich doch einfach in Frieden! Geh doch weg! Alter! Ich hab's überlebt! Ich komm nicht mal durch und er meckert auch, dass ich ihn manipuliere! Oh! Ja! 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 Mann! Alter, die Dicke mich überholt, das ist ein Schmarr! Ja, komm! Panschi weg! Ah! Ich hab' nicht gesaved, Junge! Was? Ich hab' nicht gesaved! Na ja! Wie lange? Du! Ja! Komm! Panschi weg, Alter! Oh! Scheiße! Ja! Panschi, lass dich weg, panschi nur ihn! Ja! Nie soulsinn! Però! Zein, lass dich weg, lift! Du bist nicht weg! Du bist nicht weg! Ent Ki sektor Ich bin so Engel! b und weg mit ihm also ich war schon ganz unten zugestimmt ja, war nicht ganz unten NEIN, ich bin mit dem Fugging nach außen geflogen geil, natt naja, dann kann ich den JG nochmal manipulieren wasi, du darfst vorbei, JG, du nicht Junge, das ist schlecht, Alter Barbie was denn? oh, sie hab ich nicht erwischt nein, du wolltest sie nicht erwischt das kannst du nicht beweisen also wirklich so schlecht, Junge also, wenn es so wirklich weitergeht dann müssen wir keine Rampenvideo mehr aufbauen wenn du die einmal nicht abgewinnst dann ist sofort wieder die Masche am Start na, nein, es ist nur darum wenn man manipulieren, dann alle gleich, Junge du manipulierst auch immer nur mich neooo ich hab mich manchmal NEIN NEIN immer, manchmal Junge, ich mach jedes Mal das Rad hier aus NEIN Philipp, ich steck mal drüber geflogen ja, genau oh, Junge oh, Junge Nein! Nein! Dreh dich, dreh dich, du kacken Ding, Alter! Wie, hast du überhaupt geschafft? Hast du gesaved? Ja, ich hab mich gesaved, aber es bringt nichts. Und... Oh, ich hab folgendes Problem, ich seh nichts, weil die Kamera sich so komisch dreht. Ich muss mal Gas geben nach vorne! Nein! 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 Ja, ich hab mich gesaved, theoretisch, aber ich komm da halt nicht mehr runter. Oh, kommt da schon wieder der Penner dort? Mhm. Nein! Du bist doch ein Arsch! Ja, fang dich. Ja, nein. Doch. Ja, nein, doch. Nein! Nur weil ich den Boost benutzt habe. Oh, nur schlecht. Wie, schon wieder, du? Oh Mann, JG war ja immer nur da. Jetzt aber, jetzt haben wir's, Leute. War nur ne optische Täuschung mit den Dingern. Ja. Nein, ich flieg schon wieder drüber! Oh oh. Leute. Oh oh. Oh oh. Digga, was mach ich denn jetzt? Ja, das wünsche ich mich schon auch. Was? Boah, Alter. Ja. Kommt mal weiter. Was bringt das? Was? Ganz schnell. Ja, komm vorbei. Warte, Fabi kommt raus. Ja, und du? Und drei, zwei, eins. Lös! Was? Äh, hast du den getunet? Oder hast du Beschleunigung? Na, die du hast schon wieder gedrückt. Ja, ich hab die ganze Zeit gedrückt. Äh! Äh, Ben haben wir das Windschritten! Ich hab's kurz neugent. Ja, ich hab's kurz neugent. Waaah, Bro. Waaahh! Waaah! Waaah! Ja, das ist gar nicht so süß aus! Oh, Digga. Ich hab's Runde gepackt. Uff da. Wir haben ein Fahrzeug Vorsprung gehört. Was wollen wir mal? Gas geben. Nee, ich drück jetzt keinen Boost mehr. Das ist mir zu riskant. Ich bin noch nie oben drüber gestohlen. Wir schon. Ja, genau so schnell. Oh, oh. Mann, Fabi, du bist so ne fette Sau, Alter. Und ich, ich hab mich gesaved. Ich auch. Alter, das ist ein Fuckin. Naja, warte. Nein, bin ich, Alter. Ja, weiter geht's. So. Alter, der hat doch heil gerufen, das war. Lachen. 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 So. Alter. Ähm. Oh. Oh. Ich weiß, was Rade je soll aus, Alter. Jetzt kann's nicht los. Moin. Ja, dann schaig iiii. Hey. 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 Hey, du hast auch mir was nicht gefallen. Na. Hey. Hey. Das find ich gut. Was denn? Bin doch sie nicht mehr herzust. Ya. Du auch nich. Oh. Haha. Ja, wegen wem bin ich denn nicht mehr her? Weiß nicht. Du hast es mit mir angelegt! Wie wegen Fabi! Warte? Fabi hat mich dreimal manipuliert des Todes. Ah, Mist! Er hat mich gerade aus dem Gang rausgekickt, so ist es. Alter, mein Moped hier aber richtig runter raus. Oh Gott. Alter, das sind die Kanten auch echt gefährlich. Mach das gut, Willi? Nein, Willi kann es auch nicht. Scheiße. Danke. Hinter dir. Nein. Ich bin drüber geflogen. Ohne Wust. Ja. Nein. Ja, dann kann ich einfach landen und da rein fahren. Perfekt. Hä? Ramp Buggy? Ja, Ramp Buggy. Nein, 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 nein! Nein! Oh! Was? Ja! Hä? Der Ramp Buggy sind einfach so tief, dass es einfach nichts bringt. Alles klar. Was? 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 Ich zieh fest die Karre denn! Nein! Ja! 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 Na ja, dann haben wir folgendes Problem jetzt gegen JG, Alter! Ja! Boah! Boah! Ja! Okay, ich bin aber trotzdem safe. Wirklich? Ja! Hier runter kannst du einfach hinfahren. Ja! Alter, du, sch... Hä? Er ist jetzt vor mir. Hä? Achso. Kehere. Der ist denn jetzt auf dem ersten! Ich? Du bist doch! ein dreckiger Hund! Ich hab's bisschen rübergeflogen! Ah! Ah! Wir werden dieses Verhalten, Leute! Ah! Tschüss! Ja! Nein! Der Panzer hat den so schnell! Hast du's geschafft, Fabi? Ich hab's überlebt, ja! Alter, wie schnell bist du mit dem Hut gerade drunter! Ja, fragst du den Panzer auch, Alter! Boah, ein Vollgasch! Ich frag mich, was passiert jetzt, wenn ein JG Aufwisch trifft? Nein! Ich bin jetzt mal bespannt, Alter! Boah, ey! Ich kann leider ein Schinchen senden, das ist mein gutes Problem! Ha! Genau, Fabi! Fabi da runter! Nein! Ja! Nein, hab ich gesagt! Oh, 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 oh! Ha! Der kommt noch ein Panzer! Oh, okay! Haha! Hä! Hä? Oh, rap, Buggy! Boah, Digga! Ja! Ja! Hä? Äh, was ziehen? Nein! Komm! Ramp Buggy! Fahr doch, Junge! Er hat Ramp verloren! Runterboost oder was? Ja, er hat einen Ramp verloren. Ich hab die Axt gebaut. Also... Ja! Ja! Das ist alles Tophie verraten. Nachher schiegelst du halt eine hin. Was ist denn Tophie? Oben oder unten drunter? Tja! Schnell geh! Schalt ein bisschen auf! Och Junge, sei doch fair! Ja! Ja, ich muss es auch herausfinden! Das ist auf der gleichen Ebene. So. Nein! Wo du reinkommst in den Panzer! Hä? Nein! Das ist auf der gleichen Ebene! Ja, das ist auf 30 Sekunden, Leute! Packen wir das? Naja... Ich weiß nicht, ob wir das Ziel verraten oder nicht. Oder ob du mit dem MK2 fliegen kannst oder nicht. Ja, ich schaffte es allein wegen dem Panzer nicht. Naja, ja, stimmt. Und... Gut, meine Freunde! Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video! Wenn das die Folge gefallen hat, ist kein Tausch da! Schaut auf jeden Fall das nächste Mal vorbei! Bis zum nächsten Mal auf dem Tag! Und ja, tschau! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!